Jens, Sie kommen aus? Wir kommen aus Chemnitz. Ja, und seit wann sind Sie hier in Leipzig? Wir sind gerade hier angekommen. Und Sie bleiben bis Montag? Bis Montag. Bis Montag. Und Sie sind jedes Jahr hier? Wir sind jedes Jahr da. Und wie ist das, diese Gefühle, unter die... Wie nach Hause kommen. Ja, okay, schön. Und jetzt, welcher Plan haben Sie denn jetzt? Jetzt holen wir unsere Bändchen und dann fahren wir ins Agrar. Aha, dort ist so ein großes Treff oder wie? Na ja, da ist die große Messehalle, da treffen wir uns mit Freunden. Aha, und dann hier abends ist so Party angesagt? Party, Disco, die ganze Stadt. Ja, okay. Schon danke und viel Spaß und schon fingst noch... ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.